Ja, der Markus unterwegs. Ja. Oh! Oh! Okay, ich bin der Weg. Danke! Ja, ich hab's los! Von da. Gar niemand. Ja, der ist ganz daneben. Entschuldigung, grüß bei. Auf, geh weg! Wow, Diebe kommt durch, schon. Hätte ich nicht gehabt. Trinkbohren. Na, hüchten kann er sich nicht lassen. Brabt, Diebe. Ja, das ist ja gar nicht geärbt. Ja. 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 Ja, der Markus. Wunderschön. 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 Jetzt kommt die ganz schwierige Stelle. Die ist ganz schwer. Ja. Ja, er macht das gut. Ja. 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 Ja, der ist hier ganz schön. Ja. 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 Ja, da viele beim schweren Kampf, gute Position, müsst ihr ausgehen. Ja, schön, super. Vince, ja gut, geht los, 병ons, los ausprobieren. Ja, no tumour, den ich gerne, durch diese Tür zu. Ja, da viele bei uns. Ja, da kann ich nicht eine Enklappe haben. Ja, da kann ich nicht eine Enklappe am Lumpen ozieren. Wow! Ah, Wahnsinn! Und drei Meter weit! Drei Meter, der Kerl! Drei Meter, der Kerl!